Loading Magic Online. Ja, Leute, wie es viele von euch mitgebracht haben, ich bin von Wizard of the Coast angenommen worden als Magic Online Content Creator. Das bedeutet, ich werde euch jetzt hin und wieder mal mit Magic Online Content beglücken. Aber bevor ich das tun kann, muss ich lernen, wie dieses Programm funktioniert. Ich habe schon ein bisschen rumgespielt. Ich habe mir da tatsächlich die Anleitung von guten Freakle von magicblocks.de unten in der Videobeschreibung werdet ihr das Video auch verlinkt sehen, mir angeguckt und ganz, ganz hart angeguckt, wo so ein bisschen erklärt wird, was kann man machen, wie tradet man und so weiter und so fort. Denn ich habe ein Daybreak-Account. Daybreak-Account bedeutet, ich habe alles freigeschaltet. Dementsprechend ist es bei mir nicht so, dass ich Sachen traden muss oder hin und her setzen muss. Ähm, ja, deswegen passiert das nicht. Aber was wir hier drin machen können, also man kann hier eben dieses Trading machen, man kann im Store was kaufen. Das ist alles möglich. Ähm, hier seht ihr auch so ein bisschen die Preise. Ein Tick ist ungefähr ein Euro, beziehungsweise ein Dollar. Das sind ja Dollarpreise. Es gibt auch sekundäre Seiten, wo man sie kaufen kann. Und, ähm, ja, damit ihr ungefähr auch eine Ahnung habt, wenn ich hier von Decks rede, was das hier ... Im Store haben wir auch noch so Sachen, wie gesagt, Booster, Bundles, Commander-Decks, äh, von newer Players tatsächlich so die First Commander-Deck. Das Ors of Human hier, ganz, ganz cool. Die Pioneer-Chillen-Decks, wenn ihr noch nie Pioneer spielt habt. Hier könnt ihr Pioneer-Sachen machen. Hier können noch ein bisschen was redeemed werden, also an Quests und, äh, ja, so weiter und fort. Ähm, das ist der, der, der Store. So viel mal kurz dazu. Was wir machen können, ist, aber wir können auch draften, sealeden Gauntlet, ist auch ganz lustig. Aber draften, zum Beispiel Phantom-Drafts, wo man halt einfach, ähm, spielt und die Karten nicht behalten darf. Man darf halt für vier Event-Tickets dürft ihr daran teilnehmen oder 40 Player-Points. Play-Points bekommt ihr halt fürs Spielen. Ticks könnt ihr eben kaufen. Und, ja, da gibt's ganz viele Phantom-Drafts. Es gibt auch andere Sachen, Draft-Leaks, äh, Elimination-Drafts, äh, Vintage-Cube gerade. Und, ähm, ja, da gibt's ganz, ganz viele Sachen. Äh, die Sachen enden auch an bestimmten Daten, dass dann irgendwie was Neues kommt. Dementsprechend habt ihr immer was Neues, was ich sehr cool finde. Auch cool finde ich, die Constructed-Part. Hier, Specialty, haben wir Momia Basic Tournament Practice. Finde ich geil. Momia Basic Two-Player-Cue kann ich euch nur empfehlen, mal zu spielen. Ich werd's euch auf diesem Channel auch mal zeigen. Und wer das als, äh, ein, äh, Blackie zeigt, äh, Momia machen. Ähm, aber das, das kommt noch. Keine Sorge, Momia ist ein geiler, geiles Spielformat. Ich hab mal probiert, das in Paper nachzubauen. Das hat nicht so gut funktioniert. Aber wenn ihr eine Menge Kams und Ankams rumliegen habt und nicht viel wüsst, wohin mit eurem Balk, hier, Momia, wirklich geil. Ansonsten könnt ihr so ein bisschen Freeform spielen. Vanguard, hab ich ein komplettes Video dazu gemacht. Könnt ihr oben sehen, zu dem, äh, Vorgänger zu Commander tatsächlich. Natürlich könnt ihr, wie gesagt, Gauntlet spielen, äh, Commander Gauntlet. Ihr könnt auch Commander spielen. Competitive Commander Multiplayer, Commander Openplay, wo's ein bisschen Ding ist. Ihr könnt Brawl spielen oder Freeform Commander. Das heißt, auch hier könnt ihr eine ganze Menge Sachen, hier ist es auch so, dass zum Beispiel hier auch, äh, Commander Decks mit angesetzt werden, die ihr schon habt. Mega. Pauper. Pauper Deck wird auf jeden Fall noch gebaut werden. Pauper hab ich unendlich Bock drauf, äh, mit, mit, mit Playpoints was zu machen, sobald ich hier das, das Deck mal dafür gebaut hab. Pauper wird auch kommen. Alles Mögliche. Vintage, einfach mal auch ein bisschen Vintage-Erfahrung zu haben, Vintage zu machen. Hier gibt's ganz viele Challenges und, äh, Premier Larry und was nicht alles. Ähm, aber da gibt's hier auch so Two-Player-Queues, Tournament-Practice und Openplay. Ähm, aber sowas wie Leaks oder so, dann immer vier bis fünf Runden, wo ihr dann Leute gegen Leute spielt. Ähm, sowas wie Two-Player-Queues, dann nur eine Runde. Tournament-Practice, ähnlich, ähm, das ist Best of Three. Hier ist halt, wie gesagt, ein Spiel und das, äh, Vintage-Openplay ist halt so ein bisschen, ein bisschen Best of One, man spielt zusammen. Ähm, ja, ganz, ganz spannende Sache bei Vintage. Natürlich, für mich, mein Herz. Legacy. Ähm, hier gibt's da noch rum, ich hab's grad als Ups, All Spells ausgewählt. So, jetzt seht ihr auch die Decks, Entschuldigung dafür. Ähm, Ups, All Spells, Gruulentschiffs, Ozzerscam, Blattentexes, ihr kennt mich, das sind so, ja, so ein bisschen was zum Rumspielen. Ich muss das erst noch lernen, also ich bin wirklich nicht gut da drin. Ich hab ein paar Runden jetzt mit Ozzerscam gespielt, ich nehm auch gleich noch ein bisschen mit. Schau, ob ich noch irgendwie ein Match mal euch, euch zeige von der League, die ich da spiele. Oder halt auch nur ein, äh, Free-Player-Two-Player-Queue oder sonst was. Ich gucke gleich mal. Dann Modern, keine Frage, auch hier, das wird lustig. Da läuft grad ein, äh, Showcase-Challenger. Äh, Showcase-Challenge, ganz krass. Ähm, dann habt ihr auch, äh, Friendly-League-Modern-League. Auch hier, ganz, ganz, ganz cool. Trophies, neun Stück, aktuelle Leader, auch nicht schlecht. Trophies bedeutet, die Spieler sind ungeschlagen gegangen. Äh, sie hatten neun ungeschlagene, äh, Dinge gegangen, sehr cool. Ähm, würd ich auch mal tatsächlich reinschauen, äh, Modern ist und bleibt für mich Eldrazi-Texis. Das kann ich euch zeigen, das Deck, ich rede ja sehr oft drüber. Aber Pioneer, auch für Leute vielleicht interessant, gerade die Leute, die vielleicht nicht wirklich auf Magic Arena sagen, hey, ich hab da Bock drauf. Hier könnt ihr euch die Karten wirklich zusammenkaufen. Ihr müsst keine dummen Booster kaufen, ihr könnt sie einfach kaufen, einfach haben, einfach Spaß haben. Könnt ein Deck bauen, könnt es zusammenballern. Ihr könnt die Karten auch nachher wieder verkaufen. Wie gesagt, äh, unten in der Videobeschreibung, die, der Freakle von Magic Blocks hat das tausendmal geiler erklärt, wie ich euch das je erklären könnte. Ähm, dementsprechend werd ich euch nicht erklären, wie man Dinge kauft und verkauft und so weiter und so fort. Ähm, aber auch hier, Pioneer League, äh, sind halt auch einige Leute drin. Ähm, dementsprechend, ja. BW Humans hab ich sogar, hab ich sogar eins aufgebaut. Das ist ja krass, aber das ist nicht das, was ich ... Ich geh mal grad gucken. Das ist mein Deck. Cool, wir können auch noch eine Pioneer spielen. Ich hab ne, ja, ich hab ne League Pioneer gespielt. Äh, vor gar nicht so langer Zeit. Stimmt schon. Ähm, und ja, also, wie gesagt, da sind einige Spieler auch drin. Ihr werdet immer Spieler finden, die da gegen euch spielen. Äh, Pioneer für die Leute, die es nicht irgendwie dieses halbherzige Pioneer auf Magic Arena spielen wollen. Magic Online Got You. Und man kann sogar Standard spielen. Kann man aber sagen, man kann, man kann, man kann Standard spielen. Da ist Pokémoki mit vier Trophys. Also, ihr trefft hier auch tatsächlich Leute, die, ähm, vielen Leuten was sagen. Wenn ihr euch ein bisschen in dieser Bubble unterwegs seid, äh, dann kennt ihr die Leute auch. Ähm, was ich ganz lustig finde, ist, wenn man hier so ein bisschen durchschaut, ähm, es gibt tatsächlich Goblin Lecky, der mit seinem Daybreak-Account hier auch unterwegs ist. Das heißt, wenn ihr Leute trefft, die ein DB-Unterstrich vor dem Namen stehen haben, dann sind das Leute, die ein Daybreak-Account bekommen haben. Genau wie ich. Ähm, und ja, da bin ich immer mal wieder am spielen. Wie gesagt, ich hab jetzt drei oder vier Leaks, sagen wir mal, durch. Ähm, und, äh, bin da ein bisschen am rumdördeln. Und, äh, ja. Constructed, sehr, sehr cool. Wie gesagt, Limited Draften werde ich auch noch machen. So ein Phantom Draft-Vintage-Cube kommt immer cool an. Ähm, das wird auf jeden Fall was sein. Hier 49, alter. Krass. Krass. Ja, wie gesagt, werd ich mal, werd ich mal schauen. Wird da eine ganze Menge coolen Stuff geben. Ich bin, ich bin echt mal gespannt. So, mein, mein Account. Kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Und, äh, dementsprechend würde ich sagen, wir hoppen mal in ein Spiel rein. Ähm, und, äh, dann könnt ihr mal sehen, wie das Ganze so aufgebaut ist. Ihr wisst ja jetzt wahrscheinlich schon, Magic Online ist nicht, sieht nicht das Modernste aus, vom Aussehen her. Ähm, es wurde aber sehr viel gemacht. Und das Team, liebe Grüße an das Team von Magic Online, die machen so, so einen guten Job. Und, äh, ja, dementsprechend sehr, sehr coole Leute, die auch sehr viel machen und, ähm, die sehr, sehr lieb sind. Wir gucken jetzt mal an, vielleicht nehm ich jetzt noch ein bisschen was an lustigem Gameplay auf. Vielleicht find ich irgendwas Lustiges, was passiert. Und, ähm, ja, dann, äh, seht ihr das jetzt noch. Ansonsten, wie gesagt, freut euch auf Magic Online. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Magic Online gut findet, ob ihr schlecht findet, ob ihr sagt, ne, bleck, ich mach das auf keinen Fall. Ich werd's trotzdem tun, weil ich Magic Online liebe. Weil ich kann jetzt endlich Legacy spielen, online. Ich muss nicht Arena spielen. Ich kann jetzt endlich gute online spielen. So, und, ähm, ja. Dementsprechend, äh, ja, könnt ihr trotzdem eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen. Vielleicht habt ihr auch Erfahrung. Weil so viel Erfahrung hab ich nicht. Äh, ja. Ähm, und vielleicht könnt ihr mir ja helfen und mir noch sagen, hey, guck dir das an, das solltest du auf jeden Fall spielen. Hier solltest du auf jeden Fall dabei sein oder sonst was. Sagt mir das auf jeden Fall. Ähm, ich freu mich da drüber. Und, äh, ja, ansonsten genießen wir jetzt noch so ein bisschen lustige Interaktionen. Äh, hoffentlich. Wenn nicht, wird das Video jetzt schwarz faden. Vielen Dank an meine Patrons. Ähm, vielen Dank an Leute, die mich unterstützen. Liken, Daumen nach oben dalassen. Bei Patron könnt ihr mich finanziell unterstützen, wie die Leute, die hier grad auch, äh, dabei sind. Deswegen, also, das ist nochmal so ein extra Dankeschön an die Leute. Ähm, vielen, vielen Dank an alle meine Patrons. Nicht nur an die Leute, die hier auf dem Screen sind, aber natürlich auch besonders an die Leute, die auf dem Screen sind. Und, ähm, ja. Wenn ihr mich nicht unterstützen wollt oder könnt, finanziell, dann könnt ihr gerne noch Raum nach oben dalassen. Es ist kostenlos. Abonnieren ist kostenlos. Ähm, Leuten zeigen, liken und so weiter. Auch alles kostenlos. Und, ansonsten, überlegt euch mal, ob ihr es vielleicht irgendwie 3 Euro im Monat habt oder mehr, um mich zu unterstützen. Überlegt euch, wir gehen jetzt noch die letzten paar Sachen, uns mal so ein bisschen Impressionen reinholen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.